Halli und Hallo, Willkommen zur nächsten Folge von Sky Factory 3 zusammen mit Silenz. Hallöchen und der lieben Dujenny. Halli und hallo meine lieben Freunde. So. Meine FPS sind irgendwie auf 60 gelockt gerade. Egal, gut. Ist es egal? Okay. Wir wollten jetzt heute versuchen, einen Koppelgenerator zusammenzukriegen. Da wir letztes Mal es geschafft haben, den ersten Koppel zusammenzukriegen. Scheiße. Aber es bringt uns leider nichts, denn wir brauchen noch einen zweiten. Ja. Brauchst du noch Erde? Also ich habe noch fünf Erde einstecken. Ne, wir brauchen auch noch einen Ofen. Ja, dann musst du mehr sieben. Ähm. Will ich mal behaupten. Ach echt? Ähm. Ach, da hat sie gezählt. Also ich werde hier ein bisschen das hier erweitern, damit wir, wie gesagt, keine Sachen mehr verlieren vom Baum. Mich juckt es jetzt gerade an der Backe. Ja. Ha. Ja gut, ich brauche noch mindestens einen Ofen. Also einen Ofen? Ja. Wofür brauchst du jetzt primär einen Ofen? Für den Crucible dann. Ach so, ja stimmt. Warte mal. Ähm. Sonst. Komm mal. Sonst bau doch die Plattform noch ein bisschen weiter aus, dann kannst du noch mehr Bäume anpflanzen. Ähm. Hatte ich auch vor. Okay. Nur ähm. Dann lasse ich dir... Soll ich ein paar Dirt überlassen? Oh mein Gott. Scheren. Äh. Hier das doch. Ähm. Wir hätten sonst noch nichts anderes interessantes. So. Ich hab jetzt... Soll ich gleich einen richtigen Ofen machen oder einen Slap Furnace? In zwei Stein weniger. Ein Slap Furnace. Mach gleich einen richtigen Isserwurst. Okay. Ähm. Ich hab auch Seeds. Das heißt, wir können uns gleich mal was zu essen machen. Oh ja. Ähm. Hier hab ich was im Hals. Äh. Ich hab auch Akazia und Spruce und Jinglewood. Also wie man sieht, wenn man jetzt hier die Erde sieht, man kriegt ne Menge Scheiß dabei raus. Das ist gar nicht. Sieht man das eigentlich? Ja. Äh. Ja. Jede Menge Krims Kranz. Das kriegt man da raus. Primär halt Seeds. So. Sechzehn. Äh. Ich glaube, das war's sogar schon. Ne. Einen brauch ich noch. Für den Eimer. So. Denn nie wieder Steine sammeln. Also äh. Dirt sammeln. So. Wir haben jetzt hier einen Ofen. Äh. Warte ich. Jetzt schau ich mir gleich an. Ja. Ist halt ein Stück normaler Vanillen Ofen. Trotzdem könnte ich mir anschauen. Okay. Ofen. Oh. Ja. Wir sollten eventuell mal Fackeln machen. Was hältst du davon? Ach. Fackeln nicht mehr lang. Ich äußere mich dazu jetzt nicht. Ne, 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 ne. Gut. Also. Warum hab ich jetzt... Naja. Also wenn wir jetzt hier diese hübschen Steinchen haben. Die können wir jetzt. Jenny? Ja, ja, ja. Warte, 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 warte. Den Hammer habe ich ja letztes Mal schon gezeigt. Echt? Ja. Ich hau mal 21 Holz durch, dass wir, äh, Dings kriegen. Dass wir was kriegen. Äh, Kohle. Achso, ja, ja, mach ruhig. Gut. Dann können wir nämlich ein paar Fackel machen. Also, wenn ich jetzt hier mit diesem hübschen Gerät, was sich Hammer nennt, hier drauf haue, kriege ich Gravel raus. Gravel. Ähm. Bin gerade nicht fast runtergefallen. So. Wenn ich da jetzt nochmal mit dem Hammer drauf haue, kriege ich hier Sand raus. Ähm. Bitte aufstellen. So. Wenn ich da jetzt nochmal drauf haue, kriege ich Dust. Und mit dem Dust können wir jetzt nen hübschen Trick machen. Und zwar können wir den hier ins Wasser reinlegen. Mhm. Äh. Okay, ich darf erst eins machen. So. Und da kriegen wir jetzt Clay raus. Ja, Clay. Clay klein hacken. So zusammenbauern. Bauern. Bauern. Warte, zack, 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 zack. Mhm. Ja. Irgendwann unfired Clay bucket raus. Den können wir jetzt, wenn es irgendwann durchgeschmolzen ist. Ach egal, wir haben unendlich Holz. Den können wir jetzt. Du solltest vielleicht die Kohle raustun. Hab ich das nicht gemacht? Nein, ich hab's jetzt nicht rausgeholt. Oh, dann tun die mal bitte rein. Da kriegen wir jetzt einen. Nicht gelangt. Ernsthaft? Wann geht das wieder rückwärts zurück? Seit schon, ähm, Seite 1, 10, glaube ich. Okay. Und da kriegen wir jetzt nen hübschen Clay bucket bei raus. Stopp. Was? Dass die restliche Energie nicht verschwendet ist. Ach so. Ja. Gibst du mir die Kohle mal bitte? Vier Stück. Ähm, Ding drinnen. Ja, denn ich möchte jetzt mal schnell Facken bauen. Wollen wir jetzt immer noch mit Slabs bauen oder? Nein, die werden wir definitiv ändern. Okay. Weil wir müssen hier halt jetzt. An paar Stellen brauchen wir jetzt halt richtiges Holz. Dass wir jetzt hier mal Facken platzieren können. Dann wachsen Bäume besser. So. Und hier spawnen keine Monster. Ähm. Du bist in der Nähe und es wächst gleich. Ja. Haben wir irgendwo nen Apfel? Natürlich, wir haben sogar mehrere Apfel. Sieben Stück insgesamt. Können wir mal einen Apfelbaum machen? Äh, ja, können wir machen. Okay. Ähm, ein Apfel, ein Zettling, beides zusammen craften? Geht nicht. Gib her, ich zeig's dir, wie's geht. Guck rein. Ähm. Ach. Drei Äpfel. Okay. Ein Apfelbaum. Ja, dann pack den hier mal hin. Machen? Hier. Geh weg. Dann können wir damit zumindest schon mal ein bisschen was kriegen. Zack, ist das gewachsen. Jetzt wird er jetzt noch gezüchtet. Wickeln. Ach ja, stimmt. So. Wo wollen wir denn die permanente Wasserquelle hinpacken? Ähm, ich würde sagen hier so. Da hinten irgendwo? Ja, hinter dem Baum ein bisschen so. Äh. So, Achtung, hier ist ein Loch. Oh, ein Loch. Weil ich, äh, keine Dings habe. Keine Bretter. Warte, ich komm rüber. Ich hab 60 einstecken. Nicht zumachen, bitte. Kannst du einen nach unten fallen lassen, einen Block, Wasserblock? Ja, kann ich machen. Hast du das Geräusch auch gehört? Äh, ja. Das war meine kleine Schwester. Nein, das meinte ich nicht. Komm mal raus. Hör mal. Hörst du es nicht? Ja. Also, hörst du es oder hörst du es nicht? Doch, ich hör es. Okay. Nein, Tobi, ich bin im Wasser. Hä? Ich will es doch gar nicht wegnehmen. Ich bin im Wasser. Ich will nur rundherum volle Blöcke schon platzieren. Ähm, ich würde dann aber sagen, mit Plattform erweitern warten wir nochmal kurz, bis wir Dings haben, oder? Hast du jetzt ernsthaft das Letzte gepackt? Ja. Frauen. Wieso, was ist das so gegen Frauen? So. Denn, jetzt haben wir noch mehr Clay. Warum, das steht auch ein bisschen blödchen. Egal. Ähm. Ach nein. Wir haben was vergessen. Und was? Ah, wir brauchen Bohnenmehl. Und? Ja, wir brauchen Bohnenmehl. Und? Wie kriegst du es? Das ist es ja gerade. Wozu brauchst du Bohnenmehl? Für den Crucible. Achso, dann müssen wir eine Plattform machen, wo Zombies spawnen können. Genau. Billette im besten Falle, aber ja. Ja, das ist fast das Gleiche. Ähm. Okay, ich mach's hier lang. Kein Kommentar. Gut. Warum läuft das Wasser wieder runter? Warum machst du es da lang? Da wollte ich die Baumfarm hinbauen. Es ist ja nur vorübergehend, oder? Ja, keine Ahnung. Ja, dann machen wir halt andere Richtungen. Aber jetzt bleibt die. Mach mal's hier lang. Meinetwegen. Wollen wir es ja eigentlich Weinminer drauf? Nein. Trout. Dressel. Darksteel. Extra Bit Manipulation. Integrated Dynamics. Okay. Okay, just enough patterns. Äh, was auch immer das alles für Mods sind. Minecraft Mods. Äh. Ist hier leider wirklich missbraucht. Naja, gut. Weißt du, wer ich's weiß? Weil du auch schon geguckt hast? Nein, weil du dich in der ersten Folge davon beschwert hast. Echt? Yep. Weiß es gar nicht mehr. Ist schon so lang her. Boah. 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 Was denn? Nichts. Mach aber bitte vernünftig Zäune rum und alles. Zäune auch noch? Äh, ja. Ja, sonst kommen die hier alle rüber und schießen uns, äh, die ganze Zeit runter. Irgendwie nervt die Hitbox von den Äpfeln. Ein bisschen von der Trant. Nein. Überhaupt nicht. Ist er mir drin? Gut. Äh, was brauchen wir jetzt noch? Hä? Brauchen wir noch mehr Holz. Wie machst du Zäune? Einfach ein bei Nadina's Items. Wie heißt es halt auf Englisch? Fans. Fans, 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 fans. So, ich hoffe, ich stehe jetzt nicht auf null runter. Na komm, nur zur Hälfte, bitte. Na, noch mal ein Problem. Oh nein. Was? Das wird ja anders hergestellt. Äh, wie? Du musst jetzt Balken rechts und links machen. Ja, das ist ganz normal ein Minecraft-Rezept. Nein. Das waren Sticks. Nein, das waren Sticks. Nein, ab 1,7 ist das so. Ja, wie auch immer. 1,7. Bäh. Ja, wir sind bei 1,11 schon mittlerweile. Ich weiß. Übrigens, kannst du mir Holz geben? Wenn du auf was hast. Dein Ernst? Ich wollte das Holz eigentlich investieren, um die Plattform größer zu machen. Geh bitte her. Äh. Du Vibe. Du sagst mir. Ja, wobei, eigentlich müssen wir ja die gar nicht töten, oder? Man kann ja auch einfach schlafen. Richtig, dann brennen die. Ja. Du könntest ja zum Beispiel, nur als Beispiel jetzt, könntest du ja... Betten bauen? Ja. Wirst du nicht. Du könntest ja Betten bauen. Kriegst du nicht. Nicht. Oh. So, wo will denn die Frau schlafen? Da, wo Platz ist. In der Küche? Du Frauenfeindiges Ding. Hä, warum? Du bist einfach Frauenfeindlich. Du bist auch Frauenfeindlich. Ja, ich bin Frauenfeindlich, total. Hm. Deswegen schicke ich dich ja auch in meine Küche. Siehst du, siehst du, siehst du? Hm, total. So. Ernsthaft? Hast du noch einen Holzblock? Nein. Kannst du bitte ein paar geben? Ich brauche noch zwei. Kannst du mir ja auch geben? Ich habe wirklich nur noch das letzte. Oh, toll. Dann müssen wir jetzt die Bäume antanzen. Ich will ja schon mehr Bäume hier hin platzieren. Du hast echt... Das geht halt schlecht. Dein Ernst? Du hast den Baumstamm schon mehr gemacht? Ja, ich brauchte Holz. Anstatt die Sachen einzuzwirken? Ja, die waren alle. Und der Baumstamm war da gerade. Er stand halt gerade so schön im Weg. Und ja, das ist ein Grund. Zwei, vier, sechs, zwei, drei. Hier, mal noch weiter. Verdammt. Da. Hm. So. Den Baum auch ganz abhacken können. Nö. Ja, merk ich mir. Wir sind übrigens bei 15,5. Äh, bei 15,5 Minuten. Okay. Dann palizere ich noch die... Apfel ist fertig. Ein Apfel? Ist ja schön. Äh, kriegt man da irgendwie besseren Hunger raus? Nee, das ist der gleiche Apfel wie immer. Nein, ich mein, ob man leichter irgendwie noch was anderes zupacken kann. Äh... Da kannst du einen Juicer machen. Und mit welchem Stein? Nicht jetzt nicht so. Nein. Okay, dann würde ich sagen, wir haben jetzt eine kleine Plattform gemacht dafür, die Zombies. Wir werden es nochmal weiter in der nächsten Folge. Bis dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschü. Mio. Tschü, tschü. Tschü, tschü.